Schlappschützen Team, wo werden wir gebraucht? Umzureichende Mittel, Bau abgeschlossen. Vorsicht mit dem Zeug! Okay, es geht los! Schlappschützen Team, wo werden wir gebraucht? So. Jetzt haben wir auch keine Bedenken mehr dafür. Vorerst. Und das hier wird auf keinen Fall reichen. Hä? Ah, ich hab null Geld. Gebäude online. Bau abgeschlossen. Jetzt geht's doch weiter. Da kann ich da bauen, hier. Und hier kann ich das bauen. Bau abgeschlossen. Und das kann ich hier bauen. Troopers sind Einsatzbereit. Wo werden wir gebraucht? Er wird sich schon so ausgebreitet haben, weil er hat mich soo helllich getroffen, dass er mir hier unten alles weggeraucht hat. Das ist ein bisschen Shit. Troopers sind Einsatzbereit. Schlappschützen Team, wo werden wir gebraucht? Was er mit diesem Ochs-Transport anfordert, versteht überhaupt nicht. Troopers sind Einsatzbereit. Schlappschützen Team, wo werden wir gebraucht? Hier alles produziert was, das ist doch gut. Troopers sind Einsatzbereit. ... Oh-Oh! Auch noi- Strafschützen Team, wo werden wir gebraucht? Schlappschützen Team, wo werden wir gebraucht? Koin-Tu feasiblejet Grappschützen Team, wo werden wir gebraucht? Lagt wohl ein bisschen, würde ich mal sagen. Alter, heiliger. Was für ein Epic-Fight. So, weiter bauen. Weiter bauen. Weiter bauen. Wenn es weiter so lackt, dann braucht das ja nicht. Ja, gucken wir mal in den Zugriff. Ja, ist doch schön. Bei dir, totale Zerstörung. Naja, ich hab immer noch verteidigen können. Da wollte jemand eine Ionkanone zu stehren, weil ich nicht ready ist. Ja, die noch nicht gleich auf Sie. Raketentropp einsatzbereit. Heiliger Stützpunkt in sich. Ich nehme das. Raketentropp einsatzbereit. Raketentropp einsatzbereit. Roger. Los, Jungs. Infanterie-Tropp bereit. Was brauchen Sie? Wo werden wir gebraucht? Roger. Okay. Wir legen die Raketentropp bereit. Wo werden wir gebraucht? Die Raketentropp einsatzbereit. Fodenunterstützung. Infanterie-Tropp bereit. Also die Waffen bereit. Raketentropp einsatzbereit. Scharfschützen-Team. Scharfschützen-Team. Wo werden wir gebraucht? Infanterie-Tropp bereit. Testiert euch. Ha. Interessant. Infanterie-Tropp bereit. Einheit befördert. Wird gebaut. Infanterie-Tropp bereit. Okay, eigentlich läuft das jetzt ein bisschen anders, als ich es gedacht habe. Ich wollte erst mit Mammuts wieder übelst heftig rushen. Trouper stehen bereit. Ich hatte ja die Hälfte meiner Armee verstört. Ja, das ist eine beschissene Kack-Bombe. Trouper stehen bereit. Ich habe meine Bombe außer Kraft gesetzt, aber... Trouper stehen bereit. Los, Jungs. Außer ein paar neben, aber das ist ja nicht so schief. Verteidigung haben wir noch hier einen. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Schlappschätzen-Team, wo werden wir gebraucht? Schlappschätzen-Team, wo werden wir gebraucht? Wird gebaut. So, da habe ich wohl sein halber Meer jetzt zerstört. Ja, das sieht gut aus. Gut, tschüss. Schlappschätzen-Team, wo werden wir gebraucht? Wird repariert. Tiberienfeld abgebaut. Ich kann es mir nicht verknallen. Ziel wählen. Jo, habe ich mir gedacht. Ausbildung. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Infanterie-Trupp bereit. Nein, scheiße. Der baut dann nur von dem hier Leute. Ausbildung. Oh, der hat mein anderes Gebäude auch schon, dass es stört. Wo werden wir gebraucht? Seh ich grad. Infanterie-Trupp bereit. Infanterie-Trupp bereit. Ja, das spielt keine Rolle. Wird gebaut. Was brauchen Sie? Jeder hinten geht auch hier hin. Infanterie-Trupp bereit. Ja, das ist ein Stück der Gebäude gebaut hat. Wir sind hier. Schlappschätzen-Team, wo werden wir gebraucht? Infanterie-Trupp bereit. Infanterie-Trupp bereit. Infanterie-Trupp bereit. Wir sind hier. Unsere Basis wird angegriffen. Infanterie-Trupp bereit. Infanterie-Trupp bereit. Einheit befördert. Oh, da sehe ich ja doch eine kleine Lücke in seiner... Infanterie-Trupp bereit. In seiner Beteiligung. Ich habe Schützen-Team. Das werden wir gebraucht. Infanterie-Trupp bereit. Infanterie-Trupp bereit. Ja, das lag grad ziemlich, weil er muss so viele Einheiten laden. Bau abgeschlossen. Kann ich verstehen. Infanterie-Trupp bereit. Infanterie-Trupp bereit. Wird gebaut. Ihr darfst einfach weiter hier. Alles unter Kontrolle. Schlappschätzen-Team. Infanterie-Trupp bereit. Ja, ist hier. Hier auch viel. Sammler wird angegriffen. In seiner Nähe. Infanterie-Trupp bereit. Raketentrupp einsatzbereit. Wir sind hier. Infanterie-Trupp bereit. Schlappschätzen-Team, wo werden wir gebraucht? Infanterie-Trupp bereit. Wo ist unser nächstes Ziel? So, als erstes. War hier. Den hier bei der Echelie. Infanterie-Trupp bereit. Bau abgeschlossen. Infanterie-Trupp-Einsatzbereit. Infanterie-Trupp-Einsatzbereit. Wo werden wir gebraucht? Ungeeigneter Bauplatz. Raketentrupp-Einsatzbereit. Was sehen Sie? Da ist er. Perfekt. Raketentrupp-Einsatzbereit. Haltet die Stellung, Soldaten! Haltet die Stellung! Da wird auch noch eine beiden breach sie machen können. Nee, ich wollte mich doch grade eingraben. Oh, da war ich gut dran. Ball abgeschlossen. Ziel wählen. Schüttchen. Oh, leider haben wir noch ein paar Leute gebaut. Nicht so schön. Wenn das so weiter geht, hat keiner gewonnen. Schauen wir doch mal, wo das andere Bait ist. Ja, das wird doch nicht. Wird gebaut. Infanterie-Truppe bereit. Trooper stehen bereit. Infanterie-Truppe. Sammler wird angegriffen. Grenadier-Truppe bereit. Da brennen wir mal die kaputten, angeschlagenen Freude. Das dauert auch nicht mehr lang, dass wir... Grenadier-Truppe bereit. Und... Infanterie-Truppe bereit. Doch, das ist schnell. Unerdeckte Zeit. Nachigen-Truppe einsatzbereit. Infanterie-Truppe bereit. Hm. Ich will ja kein Langweiler sein und deshalb mache ich mal was Gewagtes. Verstanden. Infanterie-Truppe bereit. So werden wir gebrauchen. Unzureichende Mittel. Oh, da habe ich kein Geld für. Scharfschützen-Team bereit. Oh, Mann. Das nackt aber ordentlich. Wir sind hier. Verhältliche Stützpunkt in sich. Wir haben sie. Was ist das denn für eine Menschenstraße? Da fliegt's ja wohl nicht. Dann wollen wir mal. Ich glaube, das Spiel wurde nicht dafür konstruiert, erstellt, was auch immer. Damit man hier nur die People durch die Gegend schickt. Neuerlei. Seid doch bereit. Seid doch mal. Alter. Fein. Jo, schon wieder. Er hat aufgegeben. Warum? Er hat es vielleicht sogar geschafft. Na, ich bedanke mich fürs Zusehen und bis dann. Euer DAP.